So, Leute. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es geht direkt los auf Oldschool. Oldschool. Super, geil. Bestem Map ever. Bestem Hintergeräusche ever. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gehört hat. Escape Route? Nein, 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 nein. Ah ja, genau, das ist No Thank You wieder. Wir verfahren aus dem Anime Mirai Nikki. Ich muss kurz... Playlist. So. Oh. Oh. Okay, ich sete kurz. Sete kurz. Äh, daaaannn. Äh, 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 ich... Jemand wollte meinen Kanal wissen. Muss ich kurz schreiben. htp.com slash slash YouTube.com slash... Oh, ist schon drin. User slash xdk.com xy. Lerdig. Ähm, so, 3-3. Jetzt kann ich auch richtig spielen. Und man hört der Staubserver im Hintergrund hoffentlich nicht. Ich hoff's zumindest. Jetzt spiel ich mal ein bisschen Premier-like. Weil in der vorigen Runde Wurde ich wirklich fertig gemacht Richtig fertig gemacht Uh, richtig fertig gemacht Übelste Das ist die Oldschool-Runde, die vor einer Woche kam Was war das? Was war das? I like that Okay, 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 okay Okay, 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 okay Uh, uh, nein, 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 nein Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Nein, das wird weh tun Das wird weh tun Super Hoppa, hoppa Danke, dass du dich in den Weg stellst Oh, puh Nice Das war ein wenig Harspünstig Das war knapp Okay Ähm Dann Wird mich wieder meiner Musik zu So, Musik wieder an Oh Nein, nein Kann man es machen Oh, der wird hochkommen Hoffentlich nicht Nein Ah Nice Scheiß Schlecht gelaufen Mies, was bei ihm jetzt abgestützt ist Das habe ich gar nicht mitbekommen Ich wusste bei ihm und es abgestützt Aber ich habe nicht gedacht bei ihm Das habe ich jetzt auch erst bemerkt Ah, es tut mir leid Nein Oh Okay Abschaum Oh, Plasmabit Schafft er das? Komm schon, du hast genug SP, als dass du es schaffen könntest, oder? Ich schaue gerade auf die Map, um zu gucken, ob es packt Und Nice Schönes Ding Schöne Ding Schönes Boah Heiliger Es ist 14.04 Uhr Ich bin um 13 Uhr aufgestanden Ja, doch, passt Es sind Ferien gerade Letzte Woche Nein Wow Sauber Muss man sagen, nicht schlecht Die hauen richtig rein Die Runde davor war ein bisschen mies Fand ich War halt auch ganz lustig Mal wieder Temple M zu spielen Nur, ich fand es wirklich Krass, wie gut die Gegner waren Jetzt sind sie Zwar auch noch gut, aber Nicht so gut, wie die davor reden Okay Aber jumpen können sie Nice Stumpet Ha, ha, ha Ha, ha Tut mir leid, Leute Tut mir leid Das muss wieder leiser schalten Gleich Man Hier, ich kann Was ist da los One hit Puh Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Range gibt Zierst Nein », ha, ha Na Nach der Runde nehme ich noch ein bisschen Minecraft mit Dom auf, er hat mich gefragt, ob er in der Runde Bock hat, mit mir aufzunehmen und ja, ich habe schon Bock, aber ich werde dann erstmal nicht aufnehmen, könnt ihr dann bei ihm schauen und ich nehme morgen auf, morgen, wenn ich wieder von so einer kleinen Party komme, obwohl das müsste jetzt eine Woche her sein, das ist ja, bei mir ist es jetzt Neujahr, fast Neujahr, ich meine, es ist es, Dienstag, es ist, äh, 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 vor Neujahr, wie lässt ich das? Ich weiß es gar nicht, warte, Mann, Silvester, äh, nein, die einfachsten Wörter nicht einfallen, das ist doch nur, weil die Musik zu laut ist, okay, jetzt ist es nie zu läuse, obwohl, ja doch, so passt, obwohl, nein, das ist mir dann doch zu läuse, ist es wieder zu laut, ha? Die Schüsse hört man kaum, also ich höre die Schüsse kaum, vielleicht hätte ich es auch einfach ein bisschen leiser schrauben können, also an meinem Regler, hm, nein, und ich laufe wieder dahinter, hi, 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 oh Mann, mhm, mies, besser wäre es gewesen, wenn er runtergesprungen wäre, wo ist er eigentlich? Wow, ich bringe runter, gut, guter Mann, ich weiß wenigstens niemand sein Handwerk versteckt, indem man Zeit verzögert, Zeit, Zeit, Zeit zögert, Zeit, Zeit verzögert, oh jeioi, eui eui eui, den kriege ich, wie gesagt, den kriege ich, auch wenn nicht ganz gewollt, Mein Ball, mein Ball, mein Ball Ich bin Ro... Master Also mein Ball Nein Nein Ich wollte mal wieder mit Beinen spielen Ist der Tonic und Ist das Outfit Irgendwas mit Official League oder so Weiß grad gar nicht Oh Mann, da wurde ich die Mitte durch Nein, nein Cool Darf ich denn? Wow Wow, tut mir leid mit dem Damage Ohne Spaß Es ist manchmal heftig Der Damage Was war das bitte? War das ein Doppeljump? Also wenn es ein Doppeljump war Wird es nochmal eine Zeitlupe geben Oh, ich sette gleich wieder Obwohl Doch, ich sette mal Ist zwar ein bisschen blöd, wenn ich jetzt sette Aber kann ich wenigstens in den anderen zuschauen Ich seh nix Ja Ja Plasmabit, lauf! Oh, der ist auch langgefahren Oh, andere Surprise! Ich mach's sogar noch für dich auf Komm schon Aua Das, das verstehe ich eigentlich nicht Das ist da an dieser Seite Das ist doch Warte Außer sie haben Laser an den Rand ge- Oh, es könnte sein, dass der normalerweise Der Laser ganz durchgezogen wäre Müsste ich mal gucken Und sie haben dann einfach Wände reingesetzt Das könnte ich mir vorstellen bleiben Pentavision früher Jetzt gehen wir uns zu dir Das ist Link's Awakening von Legend of Zelda Ich kann noch was anderes anmachen Ja doch, komm Luke and Heroes Gespielt von Dome Auf seinem Piano Wunderfall I like Okay, das war bitter Aber das war schön Muss man sagen Schönes Ding Ah, nice Schönes Ding Nicht schlecht Nicht schlecht Jetzt müssen wir entscheiden Was das war Ups Was wollte ich machen Er hat ein Bein dabei Und er hat dieses Set Wahrscheinlich ist es ein Set mit Pen-Sets Was wir hätten diesen Sommer bekommen können Was ich nicht bekommen habe Weil ich sowieso ein Pechvogel bin Bis auf das mit dem Cheap Power Set Wo ich das Accessory eigentlich voll geil finde Nein Ach, Mano Jakus Philipp Ja, auch so Scheiße Jakushi PL PL Polen Jakushi Polen PL Ich bin mir gerade gar nicht sicher Eigentlich schon Ich bin mir gerade gar nicht sicher 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 Aber ich hab keinen Bock auf das T2. Wirklich überhaupt keinen Bock. Schon wieder? Aua. Hat einen festen CS-Schlag drauf. Muss man sagen. Na, was so geil ist mit CS ist auf Level 13 Enchant und nicht einmal TD drauf, glaub ich. Ja, ich bin Enchant-Guy. Ich geb's halt zu. Nein! Na! Wingdash, I like. Coolie. Okay. Die Wingdash sind immer noch die Besten, bloß mag ich diese Fleißen, diese Flügel nicht. Die Wings. Weil sie mir einfach die Sicht total blockieren. Das ist ja schre... Geiler Stun. Geiler Stun. Wow. Der war richtig gut. Muss man sagen. Ich frag mich, wie er mich aus der Luft getroffen hat. Wahrscheinlich hat er sich... ...da oben platziert irgendwo hin. Okay. Wie komm ich jetzt da am besten hoch, oder? So. Ach, Mann, oh. Okay. Also, irgendwann hat sich das Blatt ganz schön stark geändert, oder? Wie viele Minuten haben wir schon... Uh, schon 13, hm? Ich hab dir noch ne langere Runde. Längere Runde. Besuch mal nicht immer den Ballzug. Du hast mir der Match gegeben. Ganz schön harten... Oh, oh. Nein. Oh, oh. Ah, puh. Ja, kisch die PL hat auch. White Subs. White Subs sind beste. Besten. Sind die besten. Nach den normalen Subs. Lauf. Lauf. Du hast nicht viel AP. Du kannst das schaffen. Nein. Ah. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, mein Gott. Puh. Ich sah... ...nicht, wo ich hinlaube. Das ist ja... Uh. Gutes Match. Muss man sagen. Warum sag ich das eigentlich so oft? Ich bin zu wüter, als dass ich mir was einfallen lassen kann. Das sag ich auch voll oft. Okay, das war mal richtig hart. Kannst du den Ball nehmen, oder? Äh, nächsten Dienstag. Oh, oh. Oh, 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 oh. Warte, nein! Letzte Folge war auch kein Sieg. Das ist ja so. Oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 gutes A, Dankeschön. Ich hab ein Magazin drauf, ich hab kein StatGraf. StatGraf? Ich hab StatGraf hier. Die Musik ist wieder so laut. Aber die Musik geht auch schon zwei Minuten. Bani, hopp. Bani, pomp, pomp, hopp. Sollen wir die Ponte eigentlich mitlesen, oder? Bani. Hopp. Bani. Hopp. Bani. Hopp. Ich glaub, der weiß was, oder? Oder? Mal schauen, bist du die Person, die uns den Sieg gibt, zum Sieg verholfen wird, oder wie auch immer ich das nennen möchte. Nice. Nice Plasmabit. Nice. Nice. Ups. Overclock Remaxes. Versucht jetzt nur noch durchzuwaschen. Okay, solange es funktioniert. Okay, da ist es halt nicht funktioniert. Au. Schmerzhaft. Muss man sagen. So kann ich das nicht fühlen, aber trotzdem. Was ist das? Das war, das war... War ein Plasma-Sword. Plasma-Sword. Sword. Nice. Drei Wing-Dashes schafft die... Oh, Mann. Alter. Ich hab' ein HP. Ich hab' ein HP. Ich hab' nur noch einen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ...brauchen sollte. Wenn der jetzt da drüber gekommen wäre, so richtig like God. Das wäre so nice gewesen. Den hätte ich nicht getroffen. Aber den treffe ich. Dreimal zumindest. Den treffe ich gar nicht. Geh mal. Mal schauen, bitte. Danke. Was ist denn der Ball? Oh, ah, die. Wenn du da oben stehst, bist du eigentlich ein leichtes Ziel. Was ist eigentlich? Huh. Danke. Wow. Ich hoffe, Gott. Danke. Ich mag die Leute, die sind nett. In der Vorherrunde hatte ich wieder ein paar Leute, da war es nicht so dolle. Also zumindest den letzten Dienstag. Da haben sich immer wieder so sich über alles beschwert. Zwar gab es jetzt auch hier gerade ein, zwei Beschwerden, aber das schreckt mich nicht, als wenn es die ganze Zeit rumkommt. Nein. Danke. Oh, Riyuki und Tiro ist schon wieder. Ne, musste ich gleich... Oh, ich bin auf dem gelaufen. Ähm, muss ich gleich was anderes anmachen? Warum nicht das? Muss auch mal sein. Äh, äh. Du kommst hier nicht drüber. Du kommst hier nicht rein! Kennt das irgendjemand? Das ist schon voll alt, oder so. Wie hieß das? Was guckst du? War das von dem? Ich weiß es gar nicht. Aber da hab ich sie gehört, oder so. Nein. Die Durststrecke. Oh. Trauriger Schlag. Honeyhop. Oh, da. Perfekt. Den nehm ich mir. Au, Mann. Nice! Ach, komm schon, Leute! Ach, du lebst noch! Äh, vergebens. Leider. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du gehst, bitte. Nein. Geh zugrunde. Geh zu! Geh nicht zugrunde, stirb einfach nur. Das dankt mir auch. Die haben verdammt gutes Aim. Ich bin neidisch. Ich muss mal eine kleine Cave-Story-Parade einlegen. Parade. Und nach hab ich noch. Ich hab vier Cave-Story-Tracks jetzt eingefiegt. Und zwei von Legend of Zelda. Zweimal Link's Awakening, zwei andere Versionen. Link's Awakening. Nennt sich das? Ein Bildrand? Nein, nicht Tempidrand. Irgendwas anderes. Na, what, what, who? No, this cannot be. That's right. But, doch solange ich noch lebe, werde ich's schaffen. Äh, nein. Wie spawnst du? Boom. Okay, ich summel jetzt gerade hier nur die Musik vor mich her. Hab ich's erwähnt? Sonic Wild Canyon. Ah! Nein! Schmerzhaft. Wow, jetzt wurde ich von der Toy-Gran sogar getötet. Mann. Bin ich wirklich so schlecht? Also, der Skor sagt was anderes. Auch wenn ich sage, der Skor zählt nix. Ich hab dir immer an den Personen dran, wenn du der Meinung bist, dass du mehr bewegst als manche andere und trotzdem weniger Punkte hast. Dann liegt das meistens daran, dass du immer Leute runterstößt. Zwar ist das mit meinem Argan-Equip. So, trotzdem hab ich voll viel Punkte. Mann. Das schaffst du. Nice, nice. Noch ein Schlag, komm schon. Oder ein Schuss. Whatever. Was hattest du? Ja. Perfekt. Krieg ich die SP noch? Ich glaube nicht. Oh, doch. Nein! 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 Mann! Und so, Koordination ist auch nicht mehr das, was es war. Zudem. Ich hab gestern viel zu viel CSGO gezockt. Zu viel Wettbewerbsmodus. Ich spiel keinen Deathmatch oder sonst was. Weil Wettbewerbsmodus ist immer noch das Beste. Wow, nice. Wer nicht CSGO kennt. Äh, ich denke es gibt Milliarden Gameplays jetzt schon auf YouTube. Oder nicht nur auf YouTube. Gibt's einfach mal Google ein? Why not? Hey! Warum steht's 9-6? Warum steht's 9-6? Warum steht's 9-6? Wirklich? Mann. Ich hab nicht gedacht, dass... Entweder die sind jetzt so na... Äh, sind jetzt so traurig gewesen. Weil wir... Weil ich gesagt hatte, dass wir... Dass ich davor schon keine Runde gewonnen hab. Und dass das eine Durststrecke sei. Was dann, äh, 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 Kirschkern behauptet hat. Und deswegen verlieren sie gerade mit Absicht oder... Ich hab bei dem ganzen Geschwafel einfach nicht mehr zugehört. Und hab einfach nur gespielt. Bei dem ganzen Geschwafel nicht mehr zugehört. Ich hab bei dem ganzen Geschwafel einfach nur noch gespielt. Wow. Hey. Au! Ich hab dem ganzen Geschwafel nicht mehr mitbekommen, wie ich spiele. So meinte ich das eigentlich. Hm. Hm. Der 5-Telis. Lass mal wieder, hat der auch noch Telis gemacht. Ganz vergessen. Stimmt, da hab ich den ja immer. Ich hab gesagt, dass es gut war. So. Hm. 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 Hey! Ich dachte, ich hab den getötet. Oh. Ist das. Ein Mann. Wow. Nice. Dann hab ich getroffen. Hihihi. So was meinst du zum Beispiel mit Punkten? Na! Pfff. Warum musst du treffen? Hihihi. So. So ein Damage. Hm. Was weiß das war. Schafft er das? Schau gerade. Und. 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 Oh Mann. Nein. Oh. Böse. Ich hab lange kein Oldschool mehr gespielt. Lange kein Tempel mehr gespielt. Ich hab lange... Gessere generell keinen. S4 League mehr gespielt gehabt. What? Entschuldigung. Ich war ja typisch im Video. Hm. Stimmt schon. AP. Vorgestern gut. Aus 14 Caps. Äh. Sold? Sold? Ich weiß es nicht. Doch. Sold. Ich hab da einen. Okay. Mein Gedächtnis macht mir zuschaffen. Lass mich da hoch. Nein. Nein. Na! Oh. Plasma Beat. Den Ball kriegst du. Nice. Los. Das schaffst du. 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 Was ist da noch SP? Okay. Kann sein, dass er es beim Reinverbraucht hatte. Super World. Come here. Du läufst in die Fall. Oh man. Die Bosse sind auf die falsche Waffe geswitcht gehabt zuerst. Ich mag das Outfit, was er anhat. Will auch. In der Way ist cool. Zumindest die Rose ist cool. Ich mag das schon. Nicht so. Was ich anhab ist Scheibenklöster. Es ist Scheibenklöster. Richtig. Es ist Scheibenklöster. Nein. Deny. Abgelehnt. Aua. Genauso. Jetzt wurde ich auch gerade abgestempelt. Geht ihr bei Peppers, please? Peppers, please. Dann stempelten wir auch ganz viele ab. Und ich wurde fertig gemacht. Eiskalt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh mein Gott. Komm schon mal rein. Wir sind doch nicht punktegeil, oder? Wir sind punktegeil. Egal. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Würde ich mir auch nach meiner Meinung nach glauben, oder? 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 Vielen Dank an alle. Ja, okay. Dann ist das jetzt mein Outro-Track. Outro-Track. Ich werde jetzt nochmal hier kurz mein Zeug öffnen. Hier. Event. Card. 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 Vielleicht bekomme ich mal was Cooles. Nicht nur 1000 Penn. Nur 1000 Penn. By the way. Mein 1000 Penners Deck. Wo ist der? Wo ist er? Na, da war's doch. Ah. 104. Morgen darf ich die... Nein, ich mach das heute. Heute muss ich auch noch davon 100 Stück öffnen. Und das 100k und das 100k Video kommt dann. Mittwoch. Mittwoch letzte Woche. Hahaha. Mann. Warum erzähl ich das eigentlich alles immer so spät? Außerdem. Wo sind meine Karten? Nicht Collection. Collection hab ich hier auch fast voll. Einmal. Aber... Das hab ich voll. Warum hab ich das voll? Ach ja, stimmt. Ich hatte die Umbrella ja immer für... Drei Tage oder so. Aus dem Publiship bekommen. Ah, das hab ich. Dran. Stimmt. Genau. Die Snowdrop-Modul Magnums of Doom hab ich auch noch. Weil ich sie überhaupt nicht mag hab, spiel ich auch mit dem nicht mehr. Ja, dann denk ich mal, war's das für diese Folge. Ähm... Okay. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Dann denk ich mal, sehen wir uns in der nächsten Woche. Von der S4 League. Äh, bei der S4 League. Und... Bis zum... nächsten Mal. Nochmal. Und so. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye.